hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen tutorial und zwar habe ich festgestellt ich wollte einen tunnel bauen so wie diesen hier konnte auf youtube aber nicht direkt etwas auf deutsch finden und auch selbst die englischen videos waren etwas spärlich nun habe ich mir gedacht ich mache selber eins und zwar geht es darum hier so ein tunnel zu bauen diesen tunnel baut man mit einem tunnelbohrer und zwar ist das diese apparat hier nennt sich tunnelbohr auf englisch was ihr dafür braucht werde ich euch gleich zeigen ich werde euch erst mal zeigen wie er funktioniert das hier jetzt feuert er sich automatisch an also ihr braucht auf jeden fall einen bohrkopf da kohle um ihn zu befeuern gravel um eventuelle lücken auszubessern und natürlich rails die rails setzt er automatisch damit die ganzen steine wars und alles mögliche was halt er abbaut nicht dass die verloren geht könnt ihr hier so mine cards hinten dran setzen mit einer crowbar und dann befüllt er die automatisch alle ich habe mir jetzt zusätzlich noch eine ender chest mitgenommen dass ich die immer gleich ausräumen kann weil sonst wird es teilweise echt zu voll es ist zwar nicht nötig man kann es auch so machen aber es ist ganz hilfreich die man dann zum beispiel die ganzen erze und alles sich schon mal raus holt hier rein schmeißt und dann werden die in mein system geleitet was ich euch später zeigen werde so ihr seht jetzt der fährt hier von alleine ich halt mal gucken hier ein bisschen ausleuchten schwupps und schwupps so der fährt jetzt hier von alleine und wird den tunnel graben der tunnel ist schon recht lang und zwar geht der von hier sind wir gerade führt der einmal komplett bis hier zu mir nach hause schon ganz schönes stück und er muss auch noch mal ungefähr dasselbe auch normal machen und dann geht es hier noch einmal bis nach oben bis zu horos habe ich mir überlegt baue ich mal so eine kleine u-bahn natürlich könnte ich auch fliegen aber hatte lange weile habe ich mir gedacht baue ich war eine u-bahn so ich nehme den kopf mal wieder auf dann hört er automatisch auf zu buddeln man kann die auch hier drin lagern und die zieht er sich nicht automatisch raus wenn ich jetzt hier sage ich mal den gravel rausziehe seht ihr zieht er sich den automatisch wieder in die maschine also von daher wenn ich jetzt so machen würde zieht er sich das hier aus dem minecart wie ihr sehen könnt automatisch wieder raus füllt sich das hier an dass es immer voll ist genauso auch hier mit wenn ich die hier rein schmeiße seht ihr sofort wie die zahl runter schrumpft und die sind alle wieder hier drin so wie man diesen tunnel bohrmaschine baut das zeige ich euch gleich ich mache ein kleines cut weil ich muss jetzt einmal zurückfliegen bis nach hause also hier einmal 800 900 meter knapp im schnitt sind es jetzt gerade einmal zurückheizen da zeige ich euch dann wie man das baut und wie ihr an die materialien rankommt das ist nicht ganz einfach aber es ist machbar also bis gleich leute so da sind wir wieder nach dem kleinen cut und zwar muss man einfach nur also ich mache das jetzt über das me system wo ich hier meine deep storage units habe mache ich das einfach über das me system und gebe ein tunnel dann habt ihr hier oben automatisch tunnel bohr 5215 klickt hier drauf dann seht ihr braucht zwei blöcke auf stil zwei normale minecarts zwei normale öfen und ein minecart mit einer truhe so und dann habt ihr diese tunnel bohr da ich die schon habe welche jetzt nicht noch mal herstellen zusätzlich braucht ihr dann noch ein bohr kopf und den baut ihr so also es gibt einmal ein iron bohr hat also ein eisen bohr kopf es gibt ein stahl bohr kopf und es gibt einen diamant bohr kopf natürlich ist der diamant bohr kopf am effektivsten und zwar baut man den so dass man einfach rundherum acht refined iron ingots drum herum legt und in der mitte ein diamant block dann hat man so ein bohr kopf den werde ich mal mitnehmen weil den kann ich brauchen so die frage ist jetzt wie kommt man an stahl stahl ist nicht relativ ja es dauert sehr lange es ist relativ einfach aber es dauert sehr 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 lange bis man eine vernünftige anzahl an stahl barren hat und zwar kann man das hier komischerweise über den induktions melder funktioniert das nicht ich habe das jetzt schon mehrfach ausprobiert das geht irgendwie nicht also ich spiele vize beast direwolf 20 in der 1 7 10er version leider funktioniert das nicht so richtig deswegen habe ich das über die blast furnace gemacht dafür braucht ihr die blast furnace an sich und zwar stellt ihr die so her blast so hier haben wir die blast furnace ihr braucht einfach nur sieben mal iron item casing ein basic machine casing und ein heat conductor ist eigentlich relativ einfach herzustellen und zwar zeige ich euch mal wie das mit der blast furnace funktioniert dazu gehe ich mal in meine werkstatt ihr habt jetzt hier die blast furnace und um die ihr müsst hier hitze aufbauen und zwar geht es hier über den solid heat generator ähm da haut ihr einfach ein bisschen kohle rein der verbrennt die dann bleibt asche als nebenprodukt und der muss also wenn ihr den aufbaut habt ihr auf der seite hier wenn ihr den so hinstellt immer zu euch gewandt so einen roten punkt wie so eine art kupferausgang das habt ihr jeweils bei beiden dann stellt ihr den solid so hin den generator und die blast furnace stellt ihr so rum dann hin dann stehen die sich genau gegenüber und wie ihr seht steigt es sehr sehr langsam also das dauert wirklich lange ihr braucht kompressed air cells die stellt die eigentlich ganz einfach her da braucht ihr nur ein metal former und da könnt ihr die dann ausrollen also wenn ihr die metal plates habt nochmal ausrollen rollen hier also die hier iron plate ich zeig euch das mal und dann geht ihr auf extruding dann macht ihr aus der iron plate wenn er sie extrudet macht er automatisch eine ah ne das war eine fuel rod ähm moment moment ach ne quatsch ihr müsst äh 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 moment jetzt muss ich mal selber probieren jetzt weiß ich es gerade selber nicht müssen wir mal ausprobieren wenn ich die jetzt die iron plate gerollt habe kommt daraus item casing so wenn ich ne auch nicht äh eigentlich war das extruding ah hier ich glaube so war das genau die iron item casing wenn ihr die extrudet dann kommen hier diese cells raus aber das sind dann leere cells also keine vollen ach funktioniert auch nicht da kriegt man dann einen metall zahn ok das wusste ich selber noch nicht ähm ich schaue einfach mal schnell nach bevor ich euch da äh quatsch erzähle und zwar die leeren wo hab ich denn die leeren jetzt hingeschmissen äh ähm ja cells so wie heißen die denn noch empty cell genau und zwar ach ja genau das war nicht mit metall das war mit tinplates wenn ihr die tinplates hier reinpackt und dann auf extruding dann kommen drei empty cells raus genau so war das so diese äh empty cells die ihr dann habt äh müsst ihr im kompressor hier reinpacken und dann macht er der automatisch presse der luft rein wir werden gleich mal sehen ach der war gerade fertig der haut hier rein und presse der luft rein und dann bekommt ihr diese air cells davon braucht ihr immer für ein iron ingot sechs air cells und dann kommt jeweils immer ein refined iron und ein slack raus ich habe das ganze jetzt hier automatisiert automatisiert wie ihr sehen könnt zwar hier in der kiste ist die kohle drin die ziehe ich mit item conduits ziehe ich hier in den solid heat generator damit der immer läuft dann in der kiste sind die iron ingots die zieht er sich automatisch runter in die blast furnace so von der blast furnace zieht er sich automatisch die leeren air cells weil die werden verbraucht dann sind die hier die zieht er sich automatisch hier raus zieht die nach hinten in den kompressor und da werden sie wieder voll gemacht dann zieht er die wieder zurück und klatscht die gleich wieder rein so was hier raus kommt die ähm das metall also die beiden sachen hier die zieht er hier raus und zieht die direkt hier in die kiste rein so habe ich das jetzt erstmal automatisiert das kommt natürlich nachher alles wieder weg das war jetzt nur so solange ich halt die tunnel bohrmaschine baue des weiteren also ihr braucht nicht nur diese refined irons ihr braucht natürlich auch schienen die sind auch relativ kompliziert zu machen es geht eigentlich das habe ich hier noch drin im gravel und zwar müsst ihr erstmal ähm rails müsst ihr herstellen und zwar braucht ihr hier dieses standard rail erstmal und zwar geht das in der rolling machine das geht relativ einfach haut ihr einfach 6 iron ingles rein dann kommen 8 standard rails raus so das holz hier in der mitte die wooden rail bed also das äh holz äh schienen bed ist ein bisschen komplizierter und zwar braucht ihr dafür 4 wooden tie und zwar stellt ihr die ähm hier im carpenter her da haut er einfach ähm ja wood slabs rein egal von welchem holz und dann craftet er die wooden ties dafür braucht ihr aber Creosote oil wie ihr das Creosote oil also ich zeig euch mal hier ist mein carpenter der ist jetzt voll wie ihr sehen könnt der ist aber grad nicht eingeschaltet wenn ich ihn jetzt einschalte stellt er her seht ihr zack ist er hier am arbeiten hier ist das Creosote oil ich habe wieder aus weil momentan brauche ich keine schienen ach obwohl ich kann es eigentlich laufen lassen ähm jedenfalls äh wie ihr seht habe ich mir hier so einen tank gemacht da ist das Creosote oil drin und zwar stellt ihr das so her ihr baut euch einen Cokeofen und haut einfach zum Beispiel hier Block of Coal also einfach äh Kohlblöcke oder ihr haut euch einfach Kohle rein die verwandelt er automatisch in Coal Coke und als Nebenprodukt stellt er hier dieses Creosote oil her ja den carpenter könnt ihr nicht einfach wie äh warte ich zeig euch das mal äh hier schwupps über so eine Stromleitungen wie ich jetzt hier habe äh anschließen sondern ihr müsst es ähm hier über so ein äh insulated gold cable am besten äh anschließen dann funktioniert der auch dann über ein MFE das MFE geht hoch äh da habe ich ein High Voltage Solar Array also Solarenergie ähm die dieses nur jetzt für den carpenter zuständig ist das wird nachher auch wieder weggebaut wenn ich genug Schienen habe normalerweise ist meine Stromquelle eine andere und zwar ähm läuft es hier oben wenn ihr das ich weiß nicht ob ihr das so gut sehen könnt dahinter ist ein Tesseract und dieser Tesseract führt zu meinem Atomreaktor da unten kann ich euch ja mal zeigen und zwar ist es jetzt einer meiner Atomreakten mit je vier Laser Drills die hier rumherum stehen äh ich habe noch einen zweiten Atomreaktor der ist auch aktiv also die es laufen zwei Atomreaktoren gleichzeitig und zwar ist er hier direkt unten drunter unter dem anderen und die laufen beide äh recht gut verbrauchen nicht allzu viel Jeloreum hier habe ich meine 925 Millionen RF äh RF Capacitor Bank momentan kriege ich 13.000 RF pro Tick aus beiden ähm also pro pro generator und das Jeloreum wird eigentlich so gut wie gar nicht verbraucht wir können ja mal nachgucken und zwar 0,7 Millibuckets per Tick von dem Jeloreum wird verbraucht und ähm ich mache das über die Steam Generatoren also ich mache das nicht einfach nur über den Generator äh über den Reaktor sondern ich habe hier vier Steam Turbinen ähm und die laufen jeweils auf 2727 äh RPM also äh Rounds per Minute und leisten jede Turbine leistet 7500 RF pro Tick so um aufs eigentliche Thema wieder zurück zu kommen ich gehe mal wieder hoch äh schwups äh ne ist Reaktor 1 so ähm ihr habt jetzt gesehen wie man den Reaktor äh wie man den ähm herstellt den Tunnelbohrer und ja so was so es ist eigentlich so einfach ihr haut da ein paar Minecarts dahinter hinter den Tunnelbohrer und der fängt dann einfach an zu graben er bleibt stehen wenn direkt äh im Vorfeld Lava ist dann müsste er hin müsste man die Lava ein bisschen beseitigen und so wenn ihr aber jetzt als Blaze unterwegs seid so wie ich hier ich kann euch das ja mal zeigen ihr seht hier ich bin hier als Blaze unterwegs dann ähm kann Lava euch relativ egal sein ihr könnt in Lava schwimmen et cetera pp und dadurch kann sie euch nichts anhaben da müsst ihr dann einfach nur rein die Lava weg machen genauso Wasser da bleibt er dann auch stehen außerdem spielte das Wasser natürlich die Schienen weg da müsst ihr ein bisschen drauf achten ähm ja das war's eigentlich schon schreibt mir bitte in die Kommentare ob euch das Video gefallen hat ob ihr irgendwelche Fragen habt ob ich zu den Coke Ofen zum Carpenter äh zu dem Atomreaktor et cetera eventuell noch extra Tutorials machen soll dann schreibt es mir einfach in die Kommentare oder schreibt mir eine private Nachricht ähm ein Däumchen wäre ein Träumchen ja klingt voll abgekupfert na ich weiß aber ihr wisst es selber wie es ist ein Däumchen wäre ein Träumchen ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß schaltet wieder ein und wir sehen uns dann demnächst Ciao 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 Ciao